einen wunderschönen guten tag meine damen und herren bob der biermeister ist wieder am start und hier trinke ich bier genau heute bier nummer fünf ein marston's pedigree amber ale ich habe keine ahnung was das heißt aber ich bin mal gespannt auf jeden fall das gute getränk hat einen alkoholgehalt von 4,5 prozent und es befinden sich in dieser guten flasche 500 milliliter von dieser flüssigkeit genau das bier ist was steht denn hier okay keine ahnung was man das jetzt sagen soll aber ich hoffe dieses bier schmeckt einfach mal also diese anforderungen dürfte man wohl an wir haben noch ja jetzt habe ich doch kein problem ich dachte nicht gerade steckt kein feuerzeug um mein schönes bierchen zu öffnen doch habe ich so dann wollen wir mal und jetzt guckt euch wieder meine dämliche fresse an ja sechs sechs ist sechs riechen gute bier wo ich gar nicht gut riechen kann wegen meiner nase ist ein bisschen verstopft heute wir nehmen augustina brauhaus münchen glas ist eine sehr gute bier glas 500 milliliter passen rein okay jetzt mal wieder ein bisschen klarkommen gut dann wollen wir mal ein kippen und hoffentlich nichts verkippen kritisiert mich ruhig wenn ich bier nicht richtig einschütten kann das ist mir scheiß egal oder bringt es mir bei das wäre auch korrekt ich kann es immer noch nicht so blöd um bier einzukippen also nämlich bock der biermeister junge was ist falsch mit mir ja gut ich würde es jetzt nicht als dunkel bier bezeichnen und als hellbier wenn man das so sagt keine ahnung auf jeden fall so halb hell halb dunkel hier krone ist nicht da ein bisschen kritisch damit aber ansonsten gefällt mir das bisher sehr gut genau hier ist der strich und bis hierhin geht das wir was soll das ist kann man noch nicht machen dann soll ich darauf schreiben 499 schmiedelwitter also so geht das nicht aber ich werde es gar nicht lange rumlabern wie ich sonst immer tue sondern einfach mal groß sagen und dieses bier trinken ja groß scheiße es hat mir klingeln ein augenblick bin gleich zurück so da bin ich wieder ich musste mal die tür öffnen weil miss infinity gekommen ist ja die lacht auch schon ja gut ich trinke noch mal das ist das schmeckt echt gut also kann ich über jedes bier hier sagen bis jetzt bis auf das das war ein bisschen ja lau vom geschmack her aber ganz ehrlich die flasche ist so geil immer noch das ist die macht das wieder gut also ja auf jeden fall bier krone ist nicht da habe ich eben schon erwähnt ansonsten vom geschmack her auf sieben punkte würde ich mal sagen so sieben punkte so genau lach nicht so wenn ich mein video mache das erste mal besuchen während eines videos was ja normal stelle ich das hoch jetzt wollen die hier schon anweisungen machen so ist perfekt so ist six 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 to my crucifix thema wechsel wieder kommen wir wieder zurück zum bier hier oh man scheiße egal auf jeden fall sieben punkte für das gute pedigree das ist doch normalerweise diese hunde denta sticks und wo man so auf kuhn kommen kann also für die hunde so diese zahlpflege sticks ja ist noch pedigree ja ich glaube schon dieses video das wird so oh gott ja oh gott ja ist dann nicht so gelangweilig danke ehrlich ich meine ehrliche kritik meine videos sind langweilig leute ich weiß aber es macht mir spaß ja ok ich klinge langweilig leute ja ok ich klinge langweilig leute ich bin immer motiviert ja was willst du eigentlich von mir leute ja gut jetzt bin ich vollkommen wieder aus dem konzept aber ich trinke jetzt einfach mal dieses bier jetzt aus dann mache ich das video aus weg die scheiße ja spaß ja jetzt habe ich den alles entscheidenden abschließenden satz vergessen den ich heute den ganzen tag ausgesucht ausgesucht ausgedacht habe ich wollte irgendwas bestimmtes sagen aber habe ich jetzt leider vergessen also sage ich einfach mal leute haut rein peace out